Na Jungs, was geht ab? Staffel 2 von Mount & Blade war mit wie versprochen und wir legen auch gleich schon los und es wird sich einiges ändern, hoffe ich mal, zum Besseren Wir wählen erstmal ihr männlich aus und ein Dieb, Kassenkind, Händler Und der Verlust eines geliebten Menschen So, realistisch Wir ziehen das jetzt hier mal alles ganz schnell durch, weil das kennt ihr ja sicherlich schon Nenn mich erstmal wieder André und Na, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll Auf jeden Fall mach ich jetzt erstmal Überzeugungskraft und Führerschaft Bogenzugkraft Schlagkraft und Berittnis Bogenschießen 1 Und ich skill auf 2 Entwürfen, ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal auch schon gemacht habe, aber egal Auf jeden Fall werden wir jetzt nicht mehr cheaten Weil ich einen Weg gefunden habe, das zu vermeiden Erstmal einen Intelligenzpunkt und Erstmal einen Intelligenzpunkt und 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 Stärke nochmal 2 und dann gehen wir nochmal 1 auf Überzeugungskraft, einfach so So, dann kommst du nochmal zur Charaktererstellung Alter, alter So komm, gib mal was gutes, ey Boah, Junge, Junge So, den machen wir jetzt mal so hammergell Boah, Gott ey, nein egal So, den machen wir jetzt mal so hammergall Boah, ja egal Wie das abgeht, ey, so Ich denk mal das geht erstmal fürs erste so wie machen wir ganz jung und Hafer machen wir mal na so hier kommt schwarz so das wär's wieder und wir schließen uns dem Königreich diesmal dem Königreich ach so hier rechts steht hier wir gehen hier an das machen wir einfach mal und schon geht's los mit Staffel 2 Hammer geil ich hoffe das wird erstmal ein Hammer geiles Let's Play Armin Junge boah boah das geht ja schon richtig ab hier boah alter bam da haste es so gut ich muss mal gucken weil der Ton war mir jetzt ein bisschen zu laut ähm egal hier die Sachen kennt ihr ja schon alles wuff ich mal so hier sind wir auch schon den einzigen Cheat den wir benutzen werden wie immer ist hier die Karte ganze Karte aufdecken und bewegen das mache ich jetzt mit STRG und äh leertaste gleichzeitig also erst STRG und dann leertaste dann vergeht die Zeit schneller wie man hier auch schon sieht und das wird dann wohl um einiges schneller gehen hoffe ich so und dann kann wieder keiner beitreten egal also erstmal und was ich schon mal versichern kann die Fripsaufnahme wird wieder aufbrechen das kann ich äh aufbrechen abbrechen weil BAM 50 ist mir hier Inventar hab ich viel und ich hab gar kein Schwert das ist nicht gut aber egal ähm die Aufnahme würde wieder abrechnen weil ich nicht so viel Speicherplatz habe gerade aber ist ja auch egal also erstmal kaufe ich mir ein Schwert so oder ich mache eben na doch bei dem Turnier mitmachen gleich mal in der ersten Folge ein Turnier warum nicht ähm so wir platzieren erstmal 100 Dinare mehr hab ich auch glaube ich gar nicht und wir hauen die erstmal alle weg BAM 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 weg ist er oh die grünen machen mir grad ein bisschen Angst aber jetzt bin ich ja da ha ha so BAM weg sind sie Oh, es gibt aber noch sehr viele braune. Bam, weg ist er. Wow, zieht der mir gerade. Yeah. Ich hol mir mal das Pferd hier. Weil ich es einfach kann. Und wir haben schon gewonnen? Ne, doch nicht. Boah. Der gibt mir aber gerade. Boah. Da hatte ich immer noch ein paar Glück gehabt. Und ich glaube, jetzt kann ich auch gar keine Wette mehr auf mich platzieren. So, bam. Oh, toll, ich hab nur die Seelen dabei, ey. So. Gut, da wollen wir jetzt mal das Langschwert zu viel bis zuerst mal ganz ehrlich. Wär mir auch ein... äh, Langschwert-Waffen-Skill. Keine Ahnung, wie die Waffe jetzt nochmal heißen. So, bam, wechseln sie. Oh, das ist mit eng. Oh, doch nicht. Gewonnen. Und zwar genau jetzt. Ne, doch nicht. Alter. Bam. Wechseln sie. Äh, kämpft in der nächsten Runde. Nein. Jetzt werden wir verlieren. Ich will mein ganzes Geld nicht verlieren, ey. Sonst hab ich ja gar nichts. Jetzt hab ich ja ganz verloren. So sollte ich... Oh mein Gott. Ich kämpfe jetzt gegen drei Grüne. Ist das euer Ernst? Ja, dann war's das wohl mit dem Geld. Das ist ja schon mal ne super erste Folge. Oh, vielleicht kriegen wir ja den hier. Mann, blödes Schild, ey. Jetzt kann man die hier nur mit ihren Schildern rum, ey. Ganz ehrlich. Dann krieg ich die auch gar nicht. Alter. Ich brauchst so ein Übungsschwert, aber gegen zwei Fußsoldaten und ein Pferd komm ich nicht an. Jawohl. Da muss mindestens noch der auf dem Pferd hier weg. Ah. Jawohl, getroffen. Ah, ich muss größere Runden ziehen. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich weiß ja nicht, wie ihr das jetzt hört, aber ich... Ich find das ja gerade so laut und es freut mich echt, dass ich 50 Frames ab. Das ist irgendwie echt viel. Sollte jetzt eigentlich kein Problem mehr sein. Wow. Versetzt nicht wieder sein blödes Schild hin. Jawohl. Oder sie. Mein Gott, ey. So, 50 Dinare konnte ich noch setzen. Die sind jetzt weg. Und das war mein ganzes Geld. So, jetzt kommt das Finale, glaube ich. Also, oder... Ne. Ja, es gibt noch vier Teilnehmer. Ja, ist klar, ey. Jawohl. Der hat schon mal Damage bekommen. Genauso wie die. Geht doch, König Yorulek, ey. Yorulek, besser gesagt. Geht doch. So, im Finale kämpfen gegen den König. Krass, krass. Dann setze ich mal meine letzten fünf Dinare. Fail. Alter, meine letzten fünf Dinare, ey. Wenn ich das nicht gewinne, dann war's das. Aber es sieht gut aus. Der ist alt, der kann nix mehr. Jawohl, das fährt schon mal weg. Ach, komm, ey. Bedeut das Schild, ey. Dann nehme ich nur mal dick am Lauf. Bam, weg ist er. Unser Geld, jawohl. So. Als all der ist, würde ich mal sagen, verkaufe ich meine Sachen und kaufe mir erstmal zwei Handy-Ein-Handy-Kieses. Ein gutes Schwert. Da hätte ich schon irgendwie gerne das hier, aber... Kriege ich nicht. Darf ich... Kann ich auch noch gar nicht anziehen. Na egal, ähm... Dann... Ach genau, ich muss jetzt so schenke. Da. Ich verkaufe erstmal die Sachen hier. So. Das wird jetzt ein langer Kampf, ganz ehrlich. Ach, da hinten. Und es leckt irgendwie. Aber egal. Aber mal ganz schön, weil 30 Frames. Ähm. Mann, ich treffe nicht ganz ehrlich, ey. So. So, jetzt aber. Jawohl. Lief top. War da jetzt gar nicht immer so schlimm. Und da können wir auch schon zwei Leute befördern. Nein. Da hätte ich mir jetzt was nehmen können. Na okay, gut, ähm. So, ist jetzt... Ist nur die Frage, wo das Versteck ist. Ich frage mich echt gerade, warum es so leckt. Das ist irgendwie ein bisschen blöd, aber jetzt... Ne, das läuft doch nicht. Ähm. Irgendwie werde ich die ganze Zeit noch rauschen, aber ist ja auch egal. Ach, da ist es. So, da rennen wir jetzt mal wieder hin. Und ich habe immer noch keinen Schwer, der ist mal ganz ehrlich. Wie kann das bei 40 Frames liegen? So, und hier werden ja sicherlich wie immer einiges sterben. Leider. Ach, komm, ey. Oh, jetzt habe ich mal einen getroffen. Na komm, ey. Jawohl. Bam. Na, komm, komm, komm. Jawohl. Na, das war es wieder noch gar nicht egal. Na, zwar. Aber die machen das schon, denke ich mal. Sollte kein Problem sein. Ach, das ist der Bruder. Na, okay. So. Gut, ähm. Hier 20 Körper. 22. 14. 1. Fail. Egal. 1. Und ich mal, ähm, erstmal nehme ich den, ihn verdienen. Und verkauf den Rest. So, dann gucken wir jetzt nochmal, ob wir irgendwelche Soldaten bekommen. Jawohl, vier Stück. Und wir befördern zwei. So, und das Leggen nervt mich gerade richtig. Ist hier irgendwas in den Einstellungen oder so? Hm. Vielleicht, wenn wir hier was verändern, machen wir es mal dunkler. Wow. Also, irgendwie sieht das Spiel jetzt viel besser aus. Ich weiß ja nicht, wie viel ihr sehen könnt, aber das Spiel sieht um Längen besser aus. So. Okay, das ist jetzt ein bisschen dunkel, aber... Aber, Jungs, Jungs. Ja, komm, mach hin. Okay, in der Nacht ist es jetzt ein bisschen blöd, aber... So. Das leckt auch gar nicht mehr so, jetzt mal ganz ehrlich. Und es sieht so... Okay, in der Nacht sieht es eigentlich auch vollkommen geil aus, muss ich ehrlich sagen. Oh, bis jetzt so keine Verluste. Okay, jetzt zwei Berufslose. Oh, der Händler. Bam. So kommt, Leute. Wollen wir nicht für den Laskill machen, ey. Oh, das war's. Hab ich gemacht. Gut. So. Gut, das war's erstmal fürs Erste. Also nicht für die Folge, aber... Lassen wir jetzt mal die Nacht hier vorbeigehen. So, gut. Dann suchen wir uns jetzt nochmal irgendwie... Nee, Banditen. Und es leckt wieder, aber egal. Ähm, erstmal... Charakter... Stärke 9. Zweihand... 45. Da kaufen wir uns jetzt hier Waffe. Waffenhändler. Boah, ich hab das so lange nicht mehr gespielt. So. Jawohl. Und das verkaufen wir mal alles. Und da ist unser Geld fast wieder weg. Aber egal. Hauptsache endlich mal ein Schwert. Dabei noch ein ganz gutes, glaube ich. So. Ich denke mal. Ich sammle jetzt mal Truppen, genau. Ist gar keine so schlechte Idee. Ey, überall Banditen. Fängt ja schon mal gut an. Ähm, hier hinten. Jetzt kommen hier wieder die ganze Seeräuber und so. Hallo? So, sorry für die kleine Unterbrechung. Oh, Deserteure. Das ist gar nicht gut. Na super, und da haben sie mich schon. Wow, da hatte ich jetzt aber nochmal richtig Lack gehabt. Oder auch doch nicht. Oh, ich hatte Lack gehabt. Aber richtig. So. Dann gehen wir mal wieder da hin. Und immer noch Banditen, ey. Und hier. Auch noch. Irgendwie sind meine Kopfhörer wieder kaputt. Ist ja kaum zu glauben, ey. Na egal. Wo bin ich? Ach, hier oben. So, nochmal vier Leute. Und nochmal sieben. Krass. Haben wir ja schon mal ein paar. 3,1 Geschwindigkeit. Der hat 2,6. So. Ach, fehl. So. Mit dem Endlich. Mit dem Endlich-Schwert, genau. Endlich mit einem Schwert jetzt. Kannst auch schon losgehen. Oh, das Ding ist ja richtig groß. Würde es nur nicht so lecken. Das nervt mich ein bisschen. Und wie einfach mal hammergeiler das Spiel aussieht. Weil ich kann mal die Grunde gedreht hab. Da Grunde gedreht, genau. So. Das läuft doch. Oh, da muss ich nochmal gucken, woher die ganzen Lecks kommen. Und der Aufstieg perfekt. So. Okay, das Menü sieht mich blöd aus, aber egal. Ähm. Okay. So, Truppen können wieder befördert werden. Leider nur einer. So, auf jeden Fall erstmal Charakter und Wegfindung. Hauen wir nochmal drauf. Gut. Dann würde ich sagen, sparen wir wieder mal ein paar Skillpunkte. Und holen uns den Plenderer hier. Mann, ich klicke da irgendwie gar nicht mehr drauf. So. Sieht ja schon mal ganz gut aus, die Truppe. Alter, diese Lecks. Ähm. Ach da. Bam. Na komm. Hä, waren das nicht vier Stück? Ach, der ist da hinten. Da hab ich echt wieder alle Kills gemacht. Gibt's gar nicht. So. Jetzt hätte ich aber gerne mal wieder ein paar stärkere Gegner. Aber ich brauch erstmal ein paar bessere Soldaten, ey. Apropos Soldaten, da holen wir uns gleich mal welche. Sieben Stücke, ey. Der hier hat sechs Leute. Ja.